so kann losgehen wer stellt uns im wege wer steht sich uns im wege gott sprachenlernen mit bubble das war echt meine variante er mit einem gegner was war das denn ich war dann ach so bin ich schlecht da drüben ist ja das rätseln ach also ist schon da ja ja okay da waren 13 bis drin und ich habe 20 schuss dafür gebraucht okay wann man dann mache ich das andere hier hinten war gleich fertig die sind irgendwo in deiner nähe oder kann das sein ich verkleide mich mal als zombie ob das viel so so halt dann auch schon wieder drei stücke drin gewesen so kann man hier eigentlich aufs dach das weiß ich auch nicht also ich bin gott sei dank sanft gelandet ist munition da wirst du schon klar gemacht das genau so was sagst du wohl an mal gucken geht wieder überall hin ich würde sagen geradeaus so kannst du folgen wir mal das gut auch jetzt hören uns ja wir nähern uns ihnen auch rechts gucken ich hoffe dass das hier drin ist auch hunde ich kletter mal schnell über den zaun so jetzt muss ich hier dieses blöde rätsel finden das ist doch hier draußen komme ich denn dahin ich glaube das müsste hier oben drauf sein gehen wir mal hier hoch und dann hier weiter ist noch weiter von hier ja stimmt aber ich habe nur noch ein energiebalken da hat er sich beschissen angestellt aber hast du dich geheilt ich habe ich kann mich nicht mehr heilen ich habe nur noch ein balken irgendwie ach wir haben es schon ach du scheiße du brennst ja ja alter war richtig übel so jetzt werde ich mir noch mal eine spritze geben damit ich meinen halben balken oder dreiviertel balken den ich habe noch aufrechterhalte damit ich jetzt mal nachladen weiter alter und gemessen hat das immer gut ja es gibt ja nicht so viel munition um sind das runde und ja hüllenhund hat mich gerade penetriert oh du bist ganz tot ne äh ich warte ich dachte eigentlich du könntest mich noch retten aber ich glaube nicht da steht der totenkopf stimmt ihr partner ist gestorben scheiße aber egal zock mal weiter weil das ist ja auch interessant ich glaube ich renne einfach raus dann bringt ja nichts ja genau das geht auch warte das ist hier oben lang einfach ich muss ja nicht unbedingt meinen charakter verlieren nähe genau würde ich auch sagen gerade zumal auf den kohle und so ne ja verdient zu wechseln mal ein bisschen was oh nein aber ich höre sie hier ja oh ziemlich nah sogar ja verkleide dich einfach als baum haben die da hinten eine lampe ne vielleicht rennen die auch zum extraktions punkt ja das wärs ja ach du scheiße ach warte mal ja das passt ja bald das silvester so alter das war da war jetzt aber ruhe voll die landschaft ja voll düster bisschen wasser ein paar bäumchen wo ist es denn das alle dinge oh 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 der ist gewittert ach da ist er ich glaube rechts war noch ein zombie ja nicht nur einer so ich werde extra hier mit winrar winrar 5.0 mindestens ja in der ersten version wurde man noch gesippt ja und jetzt wird man extra hier genau ja du schaffst es tschakka super 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 super